hallo leute willkommen zu einem dritten teil vom giveaway mit i love plays ja und ja das gewollt ist jetzt vorbei alle haben ihre sachen bekommen eigentlich und ja der fireboy dem feld ein bisschen spät ein dass ich jetzt ein live zu machen naja jedenfalls lassen wir sehen der kriegt es ja auch noch was ja gut wenn der fireboy nicht trainiert dann würde ich ihm auch was geben aber wenn der irgendwie kein interesse daran hat dann ja kann ich leider auch nichts mehr dran ändern kann ich haben ja mal sehen okay kann ich morgen mitmachen ja morgen mache ich ein live stream leute so an alle falls das video morgen schon draußen sein sollte was ich glaube ich werde morgen ein live stream machen sagen danke jaja hat sie auch sehr lieb 19 10 wie ja so kommt jetzt auch hier was lucky marsch kann ich dir noch geben ich kann ja auch so was und so was geben das millionen will ich behalten so kann ich sein sehen ja das ist natürlich für dich heute mal sage ich heute ein gewoller machen rättern nehmen wir es jetzt ein angebot machen mal gucken ob das macht und gedanken das ist der beste jahr vielen dank ich weiß sowas sehr zu schätzen Ja, ich bettel gern, wenn du fragst. Ja, ähm, ja, ich frag ihn, ähm, okay. Something like Hex. Obwohl, da würde ich sogar meinen Verlust machen. Na, ähm. Okay, ähm, na gut. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich gucke mal alle meine Pads, ähm, ja. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ähm, ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Und ein Abo wäre natürlich auch immer nicht schlecht. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr meinen Skin findet oder nicht. Also, wie ihr den findet, ob ihr den vorher besser fandet oder den. Hier, ich habe auch noch ein paar andere. Jo, dann, bis denn. Euer I Love Days. Ähm, 1, 2, 3.